Wohin? Weil danach geh ich wieder B3 spielen und hab nichts mehr runter. Bild endlich die Snipers auf Diamond Grindel. Wohin? Er ist überdacht. Die Diamonds, Alter. Von das? Er ist sowas von. Das ist jetzt mehr los als Samus. Was? Die ist absolut kein Nix, Alter. Außer scheiß Bäume. Wär gut schon. Aha. Gjelletin appears at mosty miles. Kommt eh nicht zurück, ey. Die bauen die Factory dann wahrscheinlich auf den Bäumen. Auf das. Genau. Am Anfang. Das neue Mira Set sieht ja irgendwie nicer. Ja. Ja. Ich find nur den Charme geil. Ich hab mehr PG. Ja. Mein Game ist ja gestartet. Ich hab so viele Splows. Achso. Ich bin nicht. Komme. Ich hab so eine. Ich hab so eine. Ich hab so eine. Ich hab so eine. Ja. Er ist hier drin. Zumindest kann ich Wende jetzt mit Hotkeys fahren. Das mit dem Boden. Und was? Ich hab so eine. Ich hab so eine. Ja natürlich, finde ich ein anderes Edge wieder. Oho, gute Map, gute Map. Boah, warum haben sie jetzt eigentlich die OT-Fortnite-Musik rausgenommen? Ja, richtig geil eigentlich. Alte Schokolade schmeckt irgendwie am besten. Welche? Alte. Jetzt fresse ich nicht mehr. Nein, nein, weil... Mach die Scheiße aus, bitte. Nein, meine Schokolade war geschmolzen. Eine Schokolade war geschmolzen. Und dann hab ich sie gestern im Kühlschrank getan und jetzt rausgenommen. Ja, der war voll nett, Dinger. Wer? Der Kellner bei Orangerie. Denkst mal, der Typ war übel... Der kam mir übel schwul vor, aber der war geil, Alter. War schwul, aber geil. Ja, hast du was steht, Julian? Dinger, Titel deines nächsten Porno-Fans. Das sieht aus wie Josh. Moritz, komm, die Anspielung musst du kennen, wenn du B99 geschaut hast. Ja, aber die Anspielung bringt er in der ersten Staffel so oft, Alter. Titel deines nächstes Sexo. Nein, er sagt immer, bei irgendwelchen Anspielern sagt er, äh, Titel deines nächsten Porno-Fans. Okay, sie haben ne, sie haben ne Rudger. Und Julian hat doch grad gesagt... Oh ja, geht ein Noobs, ein Noobs, ein Schöner Noobs im Gegner-Team. Jaaa... Oh ja, geht ein Noobs, ein Noobs, ein Noobs im Gegner-Team. Jaaa... 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 Schnee-Ente, Digga. Schnee-Ente heißt der. Ein Ping-Soro. Oh... Krack, Gild. Jaaa... Jaaa... Ich bin so die Haymaker, so main, Digga. Müssen wir anderen Channeln gehen, Flog. Halt die Fresse. Äh... Halt's Maul! Digga, das Game ist so abgekackt, Junge. Er ist so ein Meme geworden, Mann. Digga, was hat das damit zu tun, dass das Spiel scheiße ist? Äh... Ne, Digga. Doch ist das. Er hat's glaubt so in den Spawn rein, Mann! Ich mein, der Ars kommt aus seinem Spawn raus, eher das, Digga. Das ist dieses scheiß Streetland, damit ich mein... ... ... ... ... ... ... ... sowas ist einmalig, weil ihr erst habt öfter von der Map als Clays dann. Boah wie scheiße war der. So gesandwiched, ich will die raus Digga. Oh mein Gott, alle überspawn. Komm, gib mir den Feed. Danke. Boah, letzter Feed. Danke Goldtarnung, Loco, äh, SVG Digga. Boah. Hab ich noch nie so. Halt die Fresse Ich denke ich bin in COD besser als du in Fortnite Es ist jetzt übel der fight zwischen COD und Fortnite also kann man das wohl vergleichen Ja trotzdem ist es ein battle und man kann den scheiß vergleichen Das hat nichts damit zu tun Ja bin jetzt eh fertig Ich wollte noch alle Sniper auf Diamond Shuffle dann wenn nicht ziemlich gut Was brauch ich? Ja Endlich Gold Und mein Gott sieht das geil aus Sofort gib mir eine Sekunde Äh wer? Soll ja gar nicht lustig sein Das ist COD Ja COD ist immer dasselbe Prinzip auch in Battle Royale Safe Ja Vor allem werde ich das Battle Royale eh nicht so aktiv spielen Nur ab und zu mal natürlich ausprobieren und so Oh das wird schwer Wie viel kills mit der Draken 28 kills mit der Draken Dann habe ich den Köp schon Der V-Visier schnell Feuer Und Face Camo Das sieht voll geil aus Ich habe eine Schaft Variante Eisvogel Ne Vorkämpfer Der Vorkämpfer Der Vorkämpfer Da Deine und er kann es mir klären Wer eine schnell Magazin-Variante Mungo nennt, Alter Mungo Letzte Mission wird zu AIDS Mungo doch tue ich bin noch nicht erlust Digga oh mein Gott ist diese Klasse echt jetzt schon Brandfackel drauf Digga Sieht aus wie ein scheiß Schinken Alter ok komm gleich wieder so so Das war's. 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 Das war's.